Und da ist mir auch klar geworden, wie die Spirelli-Nudel entwickelt worden sein muss. Also außer Teflonpfanne gibt es noch viele andere schöne Ergebnisse der Raumfahrt für die Küche. Und darüber singe ich euch jetzt ein Liedchen. Die Älteren unter euch kennen noch den Countdown von Raumschiff Orion. Den mache ich jetzt nochmal. 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 80 Astronauten trafen sich in Aachen. Und zu erzählen, wie die Erde von oben aussieht. Sie essen dort keine Pillen und auch nicht aus Tuben. Sondern leckere Sachen von zu Haus, von zu Haus. Die Ässen schwerelos und lassen Nudeln schweben. Können sich beim Essen um sich selber drehen. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Will ich mitbringen. Party im All. Mitbringen Party im All. Mitbringen Party im All. Mitbringen Party im All. Mitbringen Party im All. So, ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle dieses Bild vor Augen. Mitbringen Party im All. Ein Astronaut dreht sich in der Schwerelosigkeit um sich selbst. Und versucht eine Nudel zu fangen. Und dabei entsteht als Nebenprodukt die Spirelli-Nudel. Und dieses Bild sollt ihr immer, immer, immer vor Augen haben. Mitbringen Party im All. Und dabei entsteht als Nebenprodukt. Und dabei entsteht als Nebenprodukt. Und dabei entsteht als Nebenprodukt. Ja, vielen Dank für unsere signende Selbsthilfegruppe.